54. Beda – Sandra Bullock sieht immer noch so aus wie 1990 Als wäre sie in einen Jungbrunnen gefallen! Sandra Bullock, 54, ist eine begnadete Schauspielerin, Supermama und eine Powerfrau. Mit ihrem neuesten Film einer Frauenversion der Trilogie mit George Clooney, 57, und Brad Pitt, 54, räumte sie im Kino richtig ab. Heute feiert die Oshka-Preisträgerin bereits ihren 54. Geburtstag. Doch wirklich verändert hat die Schauspielerin sich in den letzten Jahrzehnten nicht. Ihre Karriere begann 1990 mit einer Hauptrolle in der kurzlebigen Serie Walking Girl. Den großen Durchbruch feierte sie allerdings ein paar Jahre später an der Seite von Keanu Reves, 53, im Aktion-Film Speed. Das jugendliche Aussehen und der strahlende Ton, die sie mit Ende 20 auszeichneten, sind auch heute noch Markenzeichen. Ein Vergleich zeigt, sie bekommt nur wenige Fältchen und könnte noch immer für eine Frau in den 30ern durchgehen. Mehrfach wurde allerdings behauptet, dass sich wie viele andere Kolleginnen vom Bauti Dock verjüngen lassen hat. Erst nach der Oshka-Verleihung Anfang des Jahres gab es Gerüchte um eine mögliche Faltenunterspritzung in den Wangen. In einem Interview mit der US-amerikanischen Institution entgegnete sie dem allerdings, ich war krank und hatte Allergien, aber ich wollte trotzdem hingehen. Das ist Teil meines Jobs und ich freue mich, dabei zu sein. . Das trifft mich schon, denn ich bin nicht so selbstbewusst, wenn ich mich aufhübsche und auf den roten Teppich gehe. . .